So, guck mal, das ist Kater Möpschen. Möpschen war schon mal vermittelt, ist eigentlich eine ganz traurige Geschichte, ist jetzt zurückgekommen und wir suchen ein neues Zuhause. Möpschen ist etwa 13 Jahre alt, er ist Diabetiker, man muss ein bisschen was beachten mit dem Futter, er muss auch gespritzt werden, aber da gibt es hier eine komplette Einweisung im Tierheim. Möpschen ist ein ganz verschmustes Katerchen, Menschen mag er sehr, er mag keine Katzen, findet er doof, er mag keine Hunde, findet er auch blöd und er möchte unbedingt Freigang. Also er hat genaue Vorstellungen von seinem neuen Zuhause und wir suchen Dosenöffner, die sich um Kater Möpschen kümmern.